Guten Morgen und herzlich willkommen zur Morgenandacht, diesmal in der Woche vor unserem Fest der Kulturen. Es ist erst gerade ein paar Jahre her, dass die Missionswissenschaftler sich Gedanken gemacht haben, wieder erneut, was wäre die effektivste Gemeindeform für heutiges Europa. Im Zuge der Europäisierung, der Globalisierung wird die Gesellschaft immer mehr multinational und mehrsprachlich. Was wäre das für eine Gemeinde, die dem Ruf Gottes entsprechen könnte, alle Nationen zu jüngern zu machen? Und sie kamen zu dem Ergebnis, dass das beste Modell wäre nicht nationale Gemeinde für jede Nation, auch nicht die internationale, die meistens Englischsprache sind und nur Menschen aus verschiedenen Nationen und bloß keine Deutschen hat, sondern sie kamen zum Ergebnis, dass für heutiges Europa eine mono- und multikulturelle Gemeinde das Optimum wäre. Das heißt, monokulturelle nationale Gemeinden öffnen sich für andere Nationen und nehmen sie auf, nicht nur als Gäste, nicht nur als Besonderheit, sondern auf Augenhöhe, um eine neue Einheit mit ihnen zu bilden. Als ich diese Definition gelesen habe, dachte ich, sie beschreiben unsere Gemeinde. Wir sind vor 46 Jahren als Russlanddeutsche Gemeinde entstanden. Russlanddeutsche Christen haben sie gegründet. Ich hatte das Vorrecht als 15-jähriger frisch getauft, als zur Sowjetunion gekommen, von Anfang an dabei zu sein. Ich habe es noch in den Ohren, wie unser Pastor damals im Gespräch über unser Anliegen Kölner zu evangelisieren gesagt hat, das müssen wir uns aus dem Kopf schlagen. Die kommen nicht zu uns. Es hat uns geschockt, denn wir meinten, wir sind eine Gemeinde in Köln. Wozu setzt Gott uns in Köln als Gemeinde hinein? Doch um den Kölnern ein Licht zu sein, wie können wir sie erreichen? Das Anliegen blieb. Es ist tatsächlich das Ziel Gottes, allen Nationen zu Jüngern zu machen. Das hat Jesus im Missionsbefehl so gesagt. Doch lange davor merken wir schon, dass es immer schon die Perspektive Gottes war. Er hat ja Abraham bereits gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und wiederholt es auch noch an Jakob, der Erzvater. In 1. Mose 28, Vers 14b heißt es, in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In deinem Samen, das heißt in Jesus, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Spätestens mit dem Missionsbefehl Jesu, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, wird es deutlich, dass Gott eine multinationale Gemeinde plant. Denn wo sonst soll man sie lernen, alles zu halten, was er befohlen hat, als in seiner Gemeinde, die er gegründet hat und gebaut hat. Und dafür gibt Gott auch seine Zusage. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, wenn ihr unterwegs seid, alle Nationen zu Jünger zu machen. Zu Pfingsten ist genau das passiert. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, Petrus predigten und alle Völker hören es in ihrer Sprache. Das ist ein Hörwunder vermutlich, dass wir dort etwas gehabt haben. Und von Anfang an war das eine multinationale Gemeinde, die Gott gestartet hat, damals zu Pfingsten. Deswegen bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es der rechte Weg ist, eine Gemeinde für alle Nationen zu sein. Sich zu öffnen für alle Nationen, alle Nationen zu erwarten, herbeizusehnen, zu erwünschen. Denn nur Jesus ist imstande, diese Vielzahl an Nationen zu verbinden, die weltpolitisch miteinander oft verfeindet sind, unversöhnlich miteinander verfeindet sind. Sie gehören in einer Gemeinde alle zusammen. Wenn ich nach seinem Gebetsgottesdienst, die drei Brüder stehen, sehen, wie sie miteinander reden, ein Türke, ein Aserbaidschaner, eine Armenier, die herzliche Gemeinschaft miteinander haben, das kann nur Gott. Wenn jetzt in unserer Zeit Russen und Ukrainer herzlich Gemeinschaft miteinander haben, weil Jesus sie verbindet, das ist es, was Gott macht. Wenn Leute jüdischer Herkunft und muslimischer Herkunft miteinander Veranstaltungen machen, gemeinsam Gott loben, das ist es, was Gott macht. Und genau das feiern wir beim Fest der Kultur an. Dieses Wunder dürfen wir miterleben. Wenn ich an einen der letzten Zeugnisabende denke, da haben wir drei Russlanddeutsche gehabt, fünf Deutsche, einen Bruder aus Ecuador, einen Sinti, eine Schwester aus Indien, noch eine Schwester aus Kamerun. Und das ist an einem Abend ein Drittel der Zeugnisse, die wir gehört haben. Und schon in dieser wirklich bunten Vielfalt zu sehen, wie Jesus zum Glauben führt und sie zu einer Gemeinde zusammenführt, das macht er. Wenn ich unser Musikteam sehe und dann eine Tartarin an der Tastatur, ein Holländer am Schlagzeug, ein Ukrainer an der E-Gitarre, ein Kolumbianer an der Bass-Gitarre sehen, in Malaysia an der akustischen Gitarre, wie sie gemeinsam harmonische Musik haben und zum Lobpreis Gottes anleiten, dann ist das für mich eine Vorwegnahme dessen, was es im Himmel geben wird. Gott zeigt es in Offenbarung 7, Vers 9 im Johannes und er sagt, nach diesem sah ich und sehe eine große Schade, die niemand sehen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen, waren in ihre Hände und sie priesen Gott. Ein Lobpreis Gottes aus dem Mund aller Nationen. Wir stehen zwischen Abraham und Offenbarung, wir stehen zwischen Pfingsten und Verlendung. Wir haben den Missionsbefehl zur Grundlage für unser Leben und unser Leben als Gemeinde. Dass Gott das verwirklicht, dass Gott das tut, dass wir bereits über 40 Nationen von den 180, die wir in Köln haben, auch schon in der Gemeinde haben, das erfreut uns mit großer Freude. Wenn ich sonntags die Andachten sehe in verschiedenen Sprachen, in Spanisch, in Französisch, Albanisch, in Türkisch, in Mandarinen, Italienisch, alles Sprachen, die unsere Geschwister sprechen und die Andachten in diesen Sprachen verfassen, dann ist das für mich ein riesengroßes, vielfaches Wunder, das Gott getan hat. Und das wollen wir feiern und freuen uns über jeden Neuen, der dazu kommt. Lasst uns mit uns, ich lade euch dazu ein, mit uns zusammen Gott zu loben und diese Vielfalt zu feiern und Gott dafür zu preisen und weiter daran arbeiten, dass alle Nationen den Zugang zum Evangelium haben. Ich lade euch dazu ein, mit uns zusammenstagens. Ich lade euch dazu ein, mit uns zusammen. Vielen Dank.